Ja, Kassler, was ist denn Rügerie mit mir? Wenn du auflegst, hab ich dir einen Rhein. Vater, ich höre Kassler nicht aufs Maul. Kassler, ich rede doch lauter, Mensch. Was? Ja, was ist denn, Kassler? Ja, okay, danke, tschüss. Kassler ist jetzt im Dienst. Hab ich euch schon mal gesagt? Ach, egal. Ich erwähne es gar nicht.